ja hallo wir beschäftigen uns heute aus aktuellem anlass mit dem krieg in der ukraine denn das macht was mit uns und das macht vor allem was mit unseren kindern und wie können wir ihnen dabei stehen wir können wir sie begleiten bei fragen die sie an uns stellen und ihre gefühle quasi auch wahrnehmen und einordnen hier habe ich ein paar gedanken und ein paar ideen vorbereitet wichtig ist von anfang an wenn ein kind mit einer frage zu uns kommt zum beispiel kommt der krieg auch zu uns was machen wir denn da versuchen wir die frage immer ernst zu nehmen nie sagen ach du brauchst keine angst zu haben das ist alles nicht so das ist doch wirklich fehler am platz hier wollen wir versuchen unser kind wirklich ernst zu nehmen sich zeit zu nehmen das ist auch manchmal so ein faktor dass sie auch nicht ungefähr so immer so gut abpassen können wann wir zeit haben aber dann drängt die frage und dann versuchen wir uns uns damit zu befassen und ihnen dann auch gut zuzuhören und vielleicht auch mal eine gegenfrage stellen so wie stellst du dir das denn vor mit dem krieg hast du da eine vorstellung dazu also nicht gleich sie voll aber mit unserem wissen dass wir haben sondern auch vielleicht mal eine gegenfrage stellen und es kommt auch vor dass wir auch keine antwort haben das dürfen wir auch ehrlich sagen dürfen wir auch sagen das weiß ich nicht ich kann das nicht beantworten oder ich muss kurz drüber nachdenken also wichtig ist auch wirklich ehrlich und authentisch unserem kind gegenüber zu sein weil das merkt das ja das merkt gerade dass da gerade was doof ist dass alles ein bisschen unstabil ist und da müssen wir für sie da sein mit der maximalen ehrlichkeit und authentizität und auch mit der maximalen nähe denn das ist das allerwichtigste nicht die fragen gescheit zu beantworten sondern ihnen wirklich immer zu vermitteln du bist nicht allein wir sind für dich da du kannst dich auf uns verlassen das ist für das kind in dieser situation am wichtigsten es kann passieren dass unser kind so was bei meinem elfjährigen sohn dass der auf einmal wieder bei uns ins bett wollte weil anscheinend innerlich hatte er ängste und sorgen und da liegt die fünfjährige auch oft schon und da haben wir das irgendwie nicht verneint sondern haben jetzt eine matratze hingestellt neben unser bett und da liegt er jetzt drauf weil das sind unsere zeiten die kinder fühlen sich auch nicht ganz wohl und da muss man auf jeden fall verständnis haben um ihnen zu wissen stabilität einfach dann zu bringen und natürlich auch wichtig ist wie komme ich damit klar weil das strahlt ja immer auf unsere kinder aus wenn wir auch total verängstigt sind dann ja merken dass unsere kinder und spüren das und da muss ich auch bei mir sein und sagen okay wie kann ich jetzt damit mit dieser schlimmen situation klarkommen dass ich für mein kind wieder ein fels in der brandung quasi sein kann individuell ist das komplett verschieden jedes kind ist anders das ist auch klar kommt noch auf das alter an natürlich kann man mit einem teenager mal auf eine demo gehen man kann aber auch mit kindern was machen wenn das bedürfnis da ist dass man sagt sagt wir wollen helfen oder wir mal einfach mal ein bild für die ukrainischen kinder also ich bin immer ein fan von irgendwie dann doch handlungsfähig zu sein und das auch den kindern quasi mitzuteilen dass wir halt irgendwas dafür tun können was ihr eltern dafür tun können ist natürlich nicht nur die komplette liebe und nähe euren kindern zu schenken sondern bei allen tipps und gedanken vertraut auf euer bauchgefühl ihr habt ein tolles bauchgefühl und weil wir unsere kinder lieben auch ein herzgefühl und das ist obwohl wir denken immer wir machen alles falsch dann oft der weg quasi alles richtig richtig zu machen ich wünsche euch ganz viel kraft in dieser nicht einfachen zeit und gebt nähe euren kindern das ist das allerwichtigste und hört ihnen zu und nehmt sie ernst dankeschön euer Matthias